Herzlich willkommen zur Neuheitenvorstellung Cars & Facts wieder mit Produktmanager Matthias Wolff. Was hast du denn heute dabei? Ja, obligatorisch für das Herpa-Sommerfest ist natürlich auch für die PKW-Sammler etwas da zu haben. Und da haben wir uns vor Jahren mal entschieden, marmorierte Modelle zu produzieren. Wir hatten schon Porsche, wir hatten schon G-Modelle. Das eine oder andere haben wir da schon gemacht. Und dieses Jahr wird es mal ein Mercedes-Benz EQC, der in Gold mit leicht rot-schwarzen Einschlüssen marmoriert gefertigt wird. In einer geringen Auflage von nur 500 Stück. Es gibt dunklere Fahrzeuge, es gibt hellere Fahrzeuge. Man kann den Materialfluss bei dieser Form des Spritzens einfach nicht beeinflussen. Es ist nur ein minimalster Anteil an farblichen Granulaten, farblichen Körnern mit drin. Und wann die in die Maschine kommen und in welcher Fülle und wie auf alle. Das ist einfach nicht planbar, nicht machbar. Und deshalb gibt es 500 unterschiedliche Modelle, wie jedes Jahr. Und auch dieses Jahr haben wir, wie gesagt, genutztes Modell, ein Elektrofahrzeug Mercedes-Benz EQC ausgesucht. Lauter individuelle Modelle, genau die gibt es jetzt zu bestellen bei uns im Online-Shop. éis Reddorf. mu counter- электfolio- native-INA specialYYensored www.hriebz.de intelligentGB